das langweilig machen ja Alasso ist dann kann ich jetzt nicht die haben ja einfach schon zerstört da bräuchte ich gar nichts machen am 999 hat nicht sehr viel schaden mal gucken ob man die im spiel quickscopen kann was war das denn? Ist das da jemand? wow was war das denn? denn ist ein tank komm schon hab ich ihn gespottet? warte, jetzt, jetzt, jetzt hab ich ihn gespottet no, ich mach bonnie hopping oh, ja vielleicht auch nicht da hat mich einer gesniped mit einer m16 ne mit einer m4 oder irgendwie sowas so, ich will das auch haben, die sieht toll aus die Waffe ähm, ja ich nehme, ich möchte Defibrillator haben, also nehme ich Medic so, hallo, komm bitte her ach, da ist ja gar keiner drin, das ist das Fahrzeug davor dann steige ich da selbst drin ein würde ich sagen, was denn jetzt, ja steige ich, obwohl da hinten ist so ein toller kleiner der ist wahrscheinlich besser hier yeah, ja stimmt, ich hab wieder spawnen bei Mate vergessen, egal yay, ich bin voll toll, ich kann mit nem Buggy fahren yay damn, 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 damn ich fahr mal da lang jetzt sieht irgendwie Spaß aus wann oh, da ist die zeugendin ah, sorry, ich bin halt in- nicht rein gefahren du mir leid so kann man den kaputt machen und ich wills nicht testen, um echt zu sehen so ich möchte aber bei einem Skott zu verbrüsten ganz gut zu mir hat der ja bleibt genau genau bleibt da hinten das ist toll um Gegner der ich ich weiß der juhl wie ihn ja aber ich habe ich dachte den Gegner haben als die Ferne oder so wo Gegner sein wo leg me aaa fuck you ah danke ja in Tank könnte man natürlich gehen ich bin da aber nicht klug genug für wo der vorne ist glaube ich jemand ein Feind was das denn ok was war das egal so mal sehen wo sind denn jetzt meine T-Mits ah da vorne ist Tank ja da spawne ich doch mal im Tank drin geht das oder spawne ich in jedem Tank ne ich spawne im Tank geil das ist natürlich hilfreich ah jetzt bin ich mal Schiengarnführer oder was ja ich würde mal besser kaputt machen und so ach ist schon das ist natürlich schön ich mache jetzt mal das ist schlecht ich kann ihn nicht treffen ich warte aber darauf dass ich ihn treffen kann ist er jetzt ist er weg verdammt da vorne ist einer haaa jetzt habe ich mindestens schon mal 50 Vehicle Points missile lock missile lock oh 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 ah weg ok ja schon wieder nee komm hier hau ab oh oh verdammt schon passender Assist ja ok ich hab Assist ich hab denn in diesem Spiel Assist finde ich nicht so toll hat schon wieder Mr. Lock ne ich sehe jetzt keinen Gegner mehr da vorne ist einer war einer Squad Passengers was sohle ähm ok ist natürlich jetzt nicht so gut ja dann mach ich nochmal Enter Buddle mit äh Ingenieren na ich will ich will mit Medic jetzt aber endlich mal Defibrillator jetzt habe ich schon bin ich schon wieder nicht bei Squad Mate gespawnt aber es gibt gar überhaupt keinen so jetzt mach ich aber hier das jetzt ne ja der sollte in mir drin spawnen wenn er spawnt und wenn er nicht spawnt dann ist äh er dumm irgendwie oder er hat Rage Grid gemacht kann natürlich nicht was ist das da für in meinem Radio wenn wir jetzt kommen in den Stimmen ich bin klar nicht boah der weckt aber ganz schön im Tank was das denn jetzt ne das geht nicht Leute Freunde ja nix ja komm geht doch nicht ich bin alleine im Squad ja das ist nicht so toll das geht ja wohl nicht Squad oh tatsächlich ich bin alleine im Squad ne das geht nicht Alpha Squad kann ich rein ja das geht nicht ja das soll ich jetzt machen geht nicht ist auch blöd der hat da irgendwie die Sperre drauf gemacht der Hurensohn ja jetzt ist voll wie hä geht doch nicht wenn er Sperre drauf ist kann er auch nicht rein ach leck mich doch ich bin ich alleine im Squad Mann ne ich will nicht Team switchen ich will klasse ja geh mal weg hier so hab ich jetzt eigentlich schon was ne ich hab wohl noch keinen Link ab oder so jetzt kann ich natürlich nirgendwo spawnen ich will doch nicht hinten spawnen obwohl da kann ich mal gucken ob ULV da ist irgendwie wo ist denn hier jetzt ULV ich glaub da vorne irgendwo wo ist ULV ich möchte ULV reden wo gibt's denn hier ULV Leute das geht doch nicht ich find kein ULV das wird mir auf der Karte wahrscheinlich angezeigt ach der fliegt schon ULV hier das ist natürlich nicht so toll das sieht ja toll aus jetzt sieht aus als würde er irgend äh was spielen irgendein Spiel da mit dem Joypad den er gar nicht bedient ist ja interessant aber geile Grafik muss man schon sagen oh schade wird nicht das angezeigt was er grad sieht naja will man machen ich find's lustig in welchem Squad ist denn der Kerl kann ich jetzt wie kann ich jetzt meinen Squad ausnehmen hallo ich will mit du mit kannst du mich mal hallo mitnehmen ich ach dann halt nicht Arschloch wie geht der hell out ah bist fertig kann ich jetzt mal no signal oh manu ja ich fahr mit hier komm ich bin jetzt im G-Schütz hallo 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 okay da ist schon einer wieder mit Rocket Launcher das finde ich jetzt nicht so toll ach du kack da ist einer mit dem Tank ja das ist nicht so toll ne ja raus ah zu spät ja ich bin tot ja wenn ich tot bin bin ich unser Siegballer das ist klar ist äh gibt's denn jetzt jemanden in meinem Squad nein natürlich nicht so kommt kommt er jetzt auch nicht er ist wahrscheinlich bei seinem Team jetzt gespondt ja ok anscheinlich nicht ey ich möchte jetzt aber nicht hier im Tank ja genau geh du ruhig wieder runter ne ich kann nicht die Plätze wechseln keine Ahnung was für Tasten du drückst aber ich nie was denn datt denn jetzt was datt denn hier ich drücke einfach mal die ganze Zeit Kuh vielleicht passiert ja irgendwas ne ich schieß mal obwohl ne ich hab ja nur ein Md ok warum warum fährt der zurück das darf der nicht der muss doch hier hin ah jetzt schon wieder der Typ mit RRPG boah Spotassist oh da ist noch einer na ok der ist tot hier war doch eben einer ist doch eben einer hingelaufen oder nicht Robert Dutton jetzt oh oh raus ich hau ab tschö war schön mit dir und so au tut weh lass das bitte danke tschüss jetzt hat mich wahrscheinlich einer gespottet bin ich gleich tot er ist praktisch wie Wallhacks da ist keiner drin ja der war der war fail ah ne was hat das denn jetzt bohren hinter mir oder wat geht doch nicht hasse euch so enter battle ach so ich vielleicht mal Squat Squat ja ich bin in einem Squat ich bin in einem Squat so Freunde mal schauen wir mal Gegner tot hier oh der ist tot und ich hab keinen Defibrillator scheiße naja ich hau doch ab du ja ich seh den auch toll ne könntest du dann auch mal danke Critical Kill Assist ja das ist ja nett boah ich glaub meine Teammates sind woanders ja komm mal her hier Sniper ne ach die sind alle Reconer wat geil boah wie viele spawnen da bitte ich muss nachladen scheiße ne nicht hier jetzt kommen das geht nicht Leute boah wat ein Noob der hätte mich eigentlich töten müssen ich war noch ein Reader und das ist ein Noob Scheiße der hat was hat der denn für eine Waffe der hat irgendwie ins Coop Irmends Sextmarsku ja ich kann nur schlecht in einem anderen Coat in die Reine ich kann ja auch wie kann nehmen was ist das denn auch geil 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 nehme ich nämlich gerne klar bin ich natürlich kein aber scheiß drauf jetzt erst mal Noob-Tug nachladen da ist ein M16 das ist ja interessant geil ich mag's nicht wenn ich nix höre das bin ich nie so toll dann ist einer ach scheiße mann der kommt da doch bestimmt jetzt da Killing an Enemy ja geil ich bin ein Cheater ich hab ein Durche ich hab Wallhacks Alter boah ich mag die Waffe ich mag die Waffe voll die ist voll geil ja der Sound geht nicht wegen Milch ne Rotpunkt hier ist kein Perk sondern Attachment das ein praktisch ein Perk jetzt aber nicht die Modern Warfare Suchdesign ne oh scheiß ich bin tot obwohl vielleicht nicht ja jetzt bin ich tot obwohl vielleicht ja keine Ammo mehr ja leck mich ja ich könnte mir jetzt Ammo holen aber ja ich bin eh tot we are losing ja das finde ich nicht gut das ist einer aus unserem Squad gegangen ich bin immer nur noch zu dritt in dem Squad ich bin hier der Uber Pro der alle plättet und alle anderen bleiben wir da aber nicht klar die Uhr wie ich glaube es gibt jetzt die Uhr wie gibt jetzt die Uhr wie ich glaube es gibt die Uhr wie Nino signal auch nicht mit die Kitton Lohr 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 das ist aber schlecht oder du bist jetzt irgendwie weg ne komm ich will ihn beschießen boom von hinten und nochmal komm 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 warum läuft denn der Typ da auf mich zu komm lass das sein hier ist nicht gut nix gut geh weg geh weg du Hure stöte dich oh ich bin voll im Feindgebiet ich bin voll im Feindgebiet Lohr 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 jetzt hat er das da ist ein neues Quatt kann ich jetzt nicht rein nein war zu langsam bench gibt es jetzt wieder UAVs glauben ich jetzt geh mal nachgucken da steht immer noch no signal steht das ja da steht immer noch no signal und wir haben noch sechs Tickets ja wir haben verloren teu total gefailed fünf Tickets drei ja das verlieren wir Adi wer ist Adi mache ich nur noch 90 Ja, lass das bitte sein, hier nicht beschießen. Ja, ist vorbei. Die sich hier alle einfach töten lassen, ey. Wie schnell runter ist, äh, der Unterteil. Deppen. Das geht auch nicht. Ja, ich mach da mal die Aufnahme aus und den Streamlight an.